Kein Plan, warum ich hier stehe, aber ich glaube, der Luke wird einen Grund gehabt haben. Ich bin es grandios, dass ihr alle da seid, weil das heißt, dass ihr irgendwas sucht im Bereich Vertrieb, im Bereich Verkauf und ich werde euch ein bisschen was von meiner Sicht des Verkaufs wiedergeben. Ich werde euch zeigen, wie ich Verkauf sehe und vielleicht auch, was ich im Verkauf so ein bisschen anders mache und jeder für sich kann sich dann einfach selber fragen und sagen, hey, könnte das nicht vielleicht mein Thema sein? Und ich werde es euch nicht vorgeben. Ihr werdet einfach in euch reinfühlen, ihr werdet es für euch feststellen und was ich tun werde, ist, ich werde euch sogar noch mein größtes Geheimnis preisgeben und zwar das allergrößte. Weil was, glaubt ihr, ist die Hauptfrage, die ich immer bekomme, wenn ich irgendwo hingehe? Ja, zum Beispiel, okay. Ne, die Hauptfrage ist, Stefan, was soll ich für ein Buch lesen, damit ich ein guter Verkäufer werde? Und wisst ihr was? Ich habe mein Buch dabei. Ich habe dieses, also ich habe es nicht selber geschrieben. Es ist ein Buch, das habe ich damals gelesen, 1998 im Verkauf. Wer war da noch nicht geboren? 1998 habe ich im Verkauf angefangen und das hat sehr, sehr viel bei mir verändert. Und wer von euch würde gerne wissen, was das für ein Buch war? Mal Hand hoch. Okay, und was kommt jetzt? Erzähl ich am Schluss. Okay, genau. Was ich euch aber erzählen werde, ist, was, und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch mal langsam. Das sollte eigentlich so gehen. Was ich euch erzählen werde, ist, ich hoffe, das funktioniert, was Brokkoli und Schokolade mit Verkauf zu tun hat. Wäre das interessant? Ja, das wäre cool, oder? Okay, wunderbar. Also Brokkoli, irgendwie kriegen wir es nicht hin. Doch, kriegen wir hin. Ihr müsst übrigens nichts mitschreiben. Ja, also wenn ihr die Präsentation von dem Ganzen haben wollt, dann schickt doch bitte eine SMS. Das könnt ihr auch gerne jetzt machen. Holt mal euer Handy raus, dann haben wir das auch schon erledigt und ihr könnt euch komplett auf meine Worte fokussieren. Hat übrigens auch was mit Verkauf zu tun. Zuhören, in die Tiefe gehen. Das ist die SMS. Schreibt bitte eine SMS an 0177 1789 317 und da schickt ihr bitte hin SR, Leerzeichen und dann eure E-Mail-Adresse. Zwei Benefits habe ich da für euch. Einerseits ihr klickt die Präsentation und das Zweite wird sein, ich habe euch genau den Ansatz, den ihr braucht, ja, für den ersten Schritt. Nur für den ersten Schritt habe ich euch da reingepackt. Das sind drei Videos, die euch mit Sicherheit sehr, sehr viel mitgeben werden. Habt ihr Bock drauf? Holt euch das Ding und dann legt eure Handys weg und dann hört mir einfach mal ein bisschen zu. Okay? Wunderbar. Also, was hat Brokkoli? Das ist unglaublich. Wir machen es einfach so. Okay. Was hat Brokkoli und Schokolade mit Verkauf zu tun? Das werde ich euch mit Sicherheit am Ende der Präsentation klar machen. Ihr werdet das merken. Aber wir sollten uns vielleicht erst mal darüber unterhalten, was ist eigentlich Verkauf. Als ich gerade unten war, sind Tausende von Menschen auf uns zugestürmt und haben gesagt, sag mal, Stefan, ich bin ja eigentlich kein Verkäufer. Du, Stefan, so mit Verkauf habe ich es nicht so. Ich verkaufe auch keine Produkte. Ich bin eher so der Menschentyp. Also, ich verkaufe nichts. Ich habe nichts mit Produkten am Hut. Und dann dachte ich mir so, vielleicht lasst uns einfach mal Verkauf so ein bisschen definieren. Wenn wir Verkauf definieren und ich sage immer, lasst uns erst definieren, ehe wir argumentieren. Das solltet ihr euch für den Verkauf vielleicht auch merken, weil klein ist nicht klein, schnell ist nicht schnell, groß ist nicht groß und zügig ist nicht zügig. Da hat jeder so andere Ansichten. Also, lasst uns erst mal definieren, ehe wir argumentieren. So, und dann hilft mir da manchmal, es tut mir wirklich leid, jetzt geht es, da hilft mir manchmal dann eben mein Freund Google. Genau, da hilft mir manchmal mein Freund Google und mein Freund Google, der sagt halt dann eben Verkaufen, das muss wohl irgendwas mit Produkten zu tun haben. Es muss irgendwas mit Ware zu tun haben, das können auch Aktien sein, das können irgendwelche Warenwerte sein oder dergleichen und genau so haben wir es auch gelernt. Wer von euch hat jene Definition von Verkauf in der Schule gelernt? In der Schule. Ja, welche? Verkaufen etwas. Genau, okay. Und dann ist witzigerweise in Google noch was drinnen. Also, wenn ihr schaut im Duden, dann gibt es die häufigst verwendeten Wörter zum Thema Verkauf. Das sind die Links. Ja, das muss irgendwas mit schlecht zu tun haben, das muss was mit teuer zu tun haben. Das ist irgendwie nichts Schönes, das ist nichts Angenehmes. Und wir brauchen uns auch nicht wundern, denn ich muss immer wieder näher hingehen. Wir brauchen uns auch nicht wundern, denn es tut mir so leid. Okay. Wir brauchen uns auch nicht wundern, denn wenn wir uns Verkauf anschauen, dann sind das so die Verkäuferbilder, die wir so teilweise haben. Was ja nicht schlecht ist. Der meistgesehene oder der beliebteste Film bei Verkäufern, wenn ich heute irgendwo in einem Sales Training bin und ich trainiere tausende von Menschen von den größten Firmen, da sitzt zum Beispiel einer, den habe ich bei Sixt vor neun Jahren mal trainiert. Egal zu welchen Firmen ich hinkomme, da kommt dann immer sowas, hey Stefan, kennst du Wolf of Wall Street? Hey, kannst du das mit dem? Verkaufen sie mal diesen Stift. Wer von euch kennt das? Ja? Wer kann es? Nein, ich werde es nicht testen. Ja? Aber wenn du das mal googlest, dann landest du bei sechs Millionen Hits. Das scheint, es muss irgendwas mit Verkauf zu tun haben. Also wer heute einen Stift verkaufen kann, ist ein guter Verkäufer. Sind wir uns einig? Ja, ich glaube nicht, oder? Aber das ist die Assoziation dazu. Es geht gar nicht darum, ist es so, sondern was denken Menschen darüber? Was denkt unser Umfeld darüber? Was denkt ihr darüber? Egal wen ihr trefft und ihr sagt, ihr seid Verkäufer, dann ist irgendwas davon so in dem seinen Kopf drehen, oder? Kann das sein? Ja, so, hey, bist du beim Aldi oder verkaufst du einen Stift? Also irgendwas in dieser Richtung ist es. Oder wenn wir uns diese Szene dann auch schauen, das ist übrigens die beliebteste Szene bei Verkäufern. Und zwar genau in dem Moment, wo der seinen Stinkefinger rausholt. Und das ist so schade, weil wir reden hier von Verkaufen. Wir reden eigentlich von einer der ältesten Gewerbe der Welt, also noch älter als das älteste Gewerbe der Welt, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Und irgendwie hat das ja auch was mit Verkauf zu tun, aber das haben wir irgendwie vergessen. Das heißt also, wenn das das Verkäuferbild da draußen ist, wen wundert es dann, dass Menschen zu mir kommen oder in meinen Sales Trainings drin sitzen und sagen, also Verkauf, es ist nicht so meins. Also ich will was Anständiges machen. Wenn ich mit der Schule fertig bin, dann werde ich Consultant. Ich werde Account Manager. Ich werde Executive. Ich werde Unternehmensberater. Distributor. Ach, was haben wir denn da jetzt? Warte mal, ich habe gedrückt. Kommt das? Ja. Moment. Es dauert ein bisschen, aber wir kriegen das hin. Key Account Manager, Distributor, Executives, wie sie alle heißen. Wir können die jetzt alle, ich mache es hier, das geht deutlich schneller. Distributor, Consultant, Account Manager, Sales Representive, Executives, all das. Aber keine Verkäufer. Das heißt, wenn ich in ein Geschäft reinkomme, dann stelle ich immer so die Frage, und wer bei euch macht den Verkauf? Du hörst das nicht mehr. Dann sagen die, ja, ist ja Neudeutsch. So spricht man halt heute. Ich glaube, es ist mehr. Weil wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, sage ich, was ist denn dein Job? Naja, ich berate Menschen. Und du so? Naja, weißt du, wir machen Consultant und dann committen wir uns dann auf dem Frame Key. Was? Ist das so? Das macht ihr? Ja, wir haben einen Social Case und den müssen wir halt irgendwie saluten. Was? So unterhalten wir uns da draußen im Sales. Versteht keine Sau. Und die Frage ist, was hat das wirklich mit Sales zu tun? Es gibt... Ich möchte nochmal dringend sagen, nicht, dass ihr es vergesst. Heute, 17 Uhr Mainstage, absolutes Highlight. Wir haben einen der bekanntesten Marke der Welt dabei, DMC und dann zum Abschluss unseren amerikanischen Überraschungsgast. Freut euch drauf, 17 Uhr Mainstage. Wir freuen uns das. Geil. Habt ihr Spaß? Ja? Habt ihr Spaß? Okay, cool. Und genau, das soll es doch sein. Hey, vielleicht hat der Verkauf auch was mit Spaß zu tun. Wäre verrückt, oder? Das klingt immer so hart, Verkaufen. Also, wenn wir doch keine Sales, wenn wir nur Sales Executives, Consultants und so weiter haben, haben wir keine Verkäufer mehr. Und wenn wir keine Verkäufer mehr haben, was können wir dann auch nicht mehr? Kaufen. Und wenn ich Verkäufer suche, wo treffe ich die meistens? Nirgends. Ich gehe in ein Geschäft. Ich will was kaufen. Wo finde ich die Verkäufer in der Regel? Die haben schon was zu tun, ne? Regale einräumen, sich mit der Freundin über Bachelor unterhalten oder was auch immer. Weggucken. Nein, ich will das nicht alles schlecht machen. Das ist, es ist halt so. Es ist halt einfach so. Die Frage, die am häufigsten kommt, wenn ein Kunde in ein Geschäft reingeht, ist, kann ich Ihnen helfen? Mal, Freunde, eines bitte mal bewusst machen. Wenn nicht du, wer dann? Die Frage ist so dämlich wie nur sonst was. Und wir stellen sie seit Hunderten von Jahren mittlerweile. Also wirklich. Und die Antwort des Kunden ist welche meistens? Ich schaue mich nur um. So, dann passiert was Lustiges. Der Verkäufer geht dann hin und macht irgendeine Alibi-Beschäftigung und wartet dann so, was passiert denn jetzt hier? Und dann irgendwann steht er so in der Nähe und sagt der Kunde, ah, jetzt hätte ich doch eine Frage. Total genial. Dann dachte man so, okay, machen wir es doch anders. Wir stellen eine offene Frage. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie war die Reaktion der Kunden dann? Ich schaue mich nur um. Naja, die waren ja nicht in derselben Schulung. Das heißt also, irgendwas läuft doch da total falsch im Verkauf. Und was wir Verkaufstrainer, und da müssen wir uns leider selber auch an den Kopf langen, ist, wir versuchen einfach dieses Problem so ein bisschen zu lösen. Jetzt hängt hier auch noch ein Kabel raus. Das wird eine lustige Aufzeichnung, glaube ich. Was wir tun, ist einfach, dass wir versuchen, Symptome zu lösen, aber nicht Probleme zu lösen. Das ist das, was immer mehr gemacht wird. Und witzigerweise, die Wirtschaftswoche sagt 45 Prozent, waren es 45? Ja, nee, 43 Prozent der Berufe können mittlerweile ersetzt werden durch Roboter. Also hier diese Sophia, ja, also wenn sie nicht von Geistern träumt, dann, dann könnte die ein richtig guter Verkäufer sein. Und die Frage ist, wer von euch wird es ihr nicht zutrauen? Das, was ein Verkäufer heute in der Regel macht, hat nichts mit dem zu tun, was er tun sollte. Was ein Verkäufer heute in der Regel macht, ist eine Beratung. Dann könnte er auch Berater sein. Das heißt, ich könnte theoretisch, wer von euch war in Leipzig schon mal im Flughafen, hat diesen Saturn-Hansa-Automaten gesehen und so weiter. Oder vielleicht bei McDonald's mal diesen weißen Automaten mittlerweile. Macht der einen guten Job? Reicht, oder? Ich will gar nicht mehr. Und diese Frage, willst du noch mehr haben, sollst ein Maxi-Menü haben, kriegt der auch hin. Das heißt also, mit Recht ist es so, dass Verkäuferberufe schon teilweise obsolet werden und durchaus ersetzt werden könnten. So, das heißt, was wir Verkäufer oder Verkaufstrainer dann eben machen, ist dann, ja, dann lasst uns doch einfach mehr Modelle entwickeln. Dann haben die Leute einfach noch nicht genug gelernt. Dann brauchen Verkäufer einfach noch viel mehr Ansätze, um besser zu werden. Also haben wir Disk-Modell, wir haben Sandwich-Methode, das ist super. Wer kennt die Sandwich-Methode? Für wen ist das? Die, die Angst haben, den Preis zu nennen. Ja, das geht dann so. Nutzen, Preis, nutzen. Sie haben das und das, das kriegen Sie für den und den Preis und dann haben Sie das und das dafür. Super, Preis ist versteckt, Kunde kapiert es nicht, oder? Ja, seid ihr bescheuert? Ist nicht so. Der Kunde ist nicht doof. Das haben wir vor wie vielen Jahren gemacht? Seitdem es Verkauf, glaube ich, gibt. Das ist nichts Außergewöhnliches. Was wir wieder tun müssen, ist zu verstehen, dass Kunden einfach den Anspruch haben, auch so wahrgenommen zu werden, wie sie sind, was sie brauchen, was ihre Bedürfnisse sind, was ihre Probleme sind. Ja, ich versuche das einfach mal hier durchzuscrollen, dann ist das auch erledigt. Das sind alles Methoden, die wir entwickelt haben. Kittelbrennfaktoren, Pacing, Leading, Priming, Kundenfarben. Super. Oder Kundentypen, auch geil. Wovor bewahrt uns das? Dass wir uns nicht mit dem Kunden beschäftigen müssen. Wir gehen einfach mal davon aus, der ist so. Und das anhand von wenigen Beispielen. Und das ist genau die Gefahr. Das heißt also, was uns total verloren geht, ist letztendlich der Bezug zum Verkäufer, der Bezug zum Kunden. Wir sind komplett überfordert mit vielen Dingen. Die Menschen, die zu mir kommen und sagen, Stefan, ich brauche ein Coaching, ich brauche ein Training, es läuft bei mir nicht so in meinem Startup, in meinem Unternehmen. Das sind die Menschen, die zu mir sagen, ich war aber da mal in einem Training. Ich habe das schon gehört. Das ist ja alles ein alter Hut. Wer von euch war schon mal im Sales-Training und hat sich immer gedacht so, habe ich eh schon alles gehört? Das sind eine Menge. Das heißt, es geht gar nicht darum, habt ihr es gehört, habt ihr es nicht gehört, wie auch immer. Das heißt, wir müssen uns mal Gedanken darüber machen. Lasst uns mal ein bisschen tiefer gehen. Ich würde ganz gerne einfach wissen von euch. Ich würde einfach mal ganz wissen von euch, was für euch einfach Verkauf ist. Also wenn Verkauf ist, dass wir ein Produkt verkaufen. Wenn Verkauf ist, dass wir Kunden in Schubladen reinstecken. Wenn Verkauf ist, dass wir uns mit den Kunden gar nicht mehr beschäftigen wollen. Wer will denn das überhaupt noch machen? Wer von euch ist gerne Verkäufer? Ehrlich. Das sind nicht viele. Schaut euch mal um, dreht euch mal um, lasst die Hand oben. Das sind nicht viele. Wisst ihr, wie ich Verkauf sehe? Verkauf hat mein ganzes Leben verändert. Es hat es wirklich anders gemacht. Meine Kunden sind mittlerweile solche Firmen, Dell, Bauer, CG, ich habe Teufel, Spirotech und so weiter, aber auch meine erste Immobilie. Da habe ich 29 Prozent gespart. Wer war bei Financial Freedom gerade drüben? Wer hat sich das angeschaut? Immobilieneinkauf. Wo steckt der Gewinn? Im Einkauf. Wenn du nicht in der Lage bist, dass du Menschen abholst, dass du Immobilien günstig einkaufst, wie willst du dann Gewinn machen? Geht nicht. Aber das geht halt auch nicht, indem du sagst, der Vorgarten, der muss fein mal gepflegt werden. Und das geht auch nicht, indem du sagst, da musst du vielleicht schon nochmal mit dem Preis runtergehen. Das mach mal in einem Verkäufermarkt. Funktioniert nicht. Das alles ist Verkauf. Das heißt, die ersten Immobilienhäuser haben wir gekauft. Selbst wenn du einen Tisch haben willst, gestern sind wir zum Burgeressen gegangen. Da gab es keinen Tisch mehr, gab es auch kein Essen mehr. Dann redest du mit dem Menschen und was passiert? Wir haben einen Tisch und wir haben noch Essen bekommen und das spät in der Nacht. Hat das was mit Verkauf zu tun? Was meint ihr? Ja, habt ihr euch das schon mal bewusst gemacht, dass es so ist? Zu wenig, oder? Und das geht immer weiter. Wie kommst du auf eine Stage? Wie kannst du mit tollen Menschen reden? Wie kannst du deine Frau kennenlernen? Wie kannst du ein glücklicher Vater werden? Ja, wahrscheinlich, indem du das Ding Beziehungen vernünftig hinkriegst. Und wir haben es gestern noch gehört vom Torben, wie Beziehungen aufgestellt sind. Und warum? Was ist das Hauptproblem in Beziehungen? Kommunikation. Sie reden nicht miteinander oder sie reden von unterschiedlichen Dingen und sie finden einfach nicht zueinander. Und das ist aber nichts anderes letztendlich als Verkauf. Schatz, was ist dir denn wichtig? Ja, das, das, das und das. Okay. Worauf legst du noch Wert? Ja, das, das und das. Okay, dann lass uns das machen. Wir matchen das miteinander. Ich mache eine Nutzen-Argumentation. Hey, Schatz, stell dir mal vor, wir fahren jetzt gemeinsam in die Berge. Du kannst ausspannen. Ist zwar nicht das Meer, aber wir haben trotzdem ein bisschen Zeit. Der Kleine ist bei den Eltern. Schöne Zeit, oder? Hast du Bock drauf? Ja. Das ist Verkauf, Freunde. Wenn das Verkauf ist, wieso haben wir es so nie gelernt? Wieso haben wir es so nie gesehen? Und was würde es mit euch machen, wenn in jeder Situation eures Lebens, wo ihr keine Produkte verkauft, sondern euch einfach drauf fokussiert und überlegt, wo kann ich Kommunikation und Verkauf am besten in meinem Leben einsetzen? Was passiert dann plötzlich? Es macht Spaß. Ja, es macht, das macht mir Spaß. Das finde ich cool. Ich stehe auf einer Stage, ich habe eine tolle Frau, ich habe ein Kind, ich habe ein Haus, bla bla bla, blub, ja, Handelsblatt. Und hey, master sales and master your life. Wenn du sales masterst, wenn du verstanden hast, was Verkauf ist und du adaptierst das in dein normales Leben, in jeder Situation, egal was es ist, du lernst eine Frau kennen und sagst nicht, hey, ich bin der absolute Hero. Ich weiß genau, was du willst. Ich sehe es in deinen Augen. Ja, du bist ein roter Typ. Ja, du brauchst Action. Ja. Oder du gehst einfach her und sagst, sag mal, worauf legst du denn Wert? Was machst du denn gerne? Ja, mit meiner Ex-Freundin ist da und da gescheitert. Hey, geh nach Hause. Funktioniert nicht. Wir müssen wieder in die Tiefe gehen. Dig deeper. Beschäftige dich mit den Menschen. So, und dann machen wir das doch einfach mal. 300 Verkäufer sind gefragt worden. Damals, sag mal, mit wie viel Prozent der Verkäufer warst du zufrieden? Und es gab mal die Hälfte, weil sie halt Verkauf anders betrachten, weil sie Kunden in Schubladen reinstecken, weil sie sich nicht dafür interessieren. Das ist das Problem. Ja gut, dann machen wir weiter. Dann heißt das aber auch, was wollt ihr denn von euren Verkäufern? Und das ist wichtig für euch. Was wollt ihr denn eigentlich? Und diese Dinge, die ich da unterstrichen habe, die sind nicht weniger wichtig als das andere. Wisst ihr, was ich einem Verkäufer immer beibringen kann, wenn er zu mir ins Telesales kommt oder wenn ich den rausschicke? Fachwissen. Das ist das Einfachste. Was ich ihm nicht einpflanzen kann, ist ein Gespür für Menschen. Tiefe, Verständnis, Verletzlichkeit, Interesse, Spaß. Das kann ich ihm nicht beibringen. Aber das kommt, indem er das umsetzt. Was die wollen ist, dass man ihnen zuhört, dass man ihnen nur die Dinge erzählt, die wirklich relevant sind für ihn. Und die Frage ist, wie finde ich diese Information heraus? Fragen stellen, oder? Und wer von euch kennt gute Fragen? Hebt mal die Hand. Wer von euch kennt gute Fragen? Ah, super. Sind viele. So, dann schauen wir uns doch einfach mal an, was Verkäufer wollen. Also ihr seid ja hier, ihr sucht ja trotzdem was. Und ich habe eine Umfrage gemacht, vor dem Ganzen hier habe ich eine Umfrage gemacht. Was ist Verkäufern wichtig? Was braucht ihr? Jeden Einzelnen. Findet ihr euch da wieder? Wer von euch sieht sich da drin wieder? Ganz ehrlich, dass das Ganze wieder einen Sinn macht, dass Kunden wieder Werte für Wert bezahlen. Wer wird sich das wünschen? Schon, oder? Ja, hebt die Hand. Wer wird sich das wünschen? Bitte? Deine Entscheidung. Ja, natürlich. Aber kannst du dich da wiederfinden? Ja, schon. Okay. Und wenn es so ist, dann ist doch die Frage, was braucht ihr dafür? Was sucht ihr? Und das war die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Was kann ich euch geben? Was kann ein Buhr euch geben? Was kann ein Martin Limbeck euch geben, was ihr nicht schon wisst? Wer von euch hat schon mal ein Sales-Buch gelesen? Wow. Glaubt ihr, dass da die Antwort drinsteht? Glaubt ihr das? Könnt sein, oder? Glaubt ihr, dass... Wer war auf dem Sales-Training schon mal? Yes. Glaubt ihr, da war irgendwas dabei, was ihr brauchen könntet, um bessere Verkäufer zu sein? Okay, ich mache ein soziales Experiment mit euch, okay? Steht mal bitte alle auf. Hey, danke. Mega cool. Steht mal alle auf. Das war noch nicht das Experiment, ja? So, kleines Experiment, ja? Eine Sache. Ich wünsche mir von euch, dass diejenigen sich hinsetzen, äh, noch nicht jetzt, dass diejenigen sich hinsetzen, die noch nichts von dieser Thematik hören, die ich jetzt gleich aufblenden werde, okay? Verstanden? Ich blende jetzt gleich einen Begriff auf und wenn du sagst, habe ich noch nie gehört, dann setzt du dich hin, okay? Deal? Okay. Also, hast du schon mal gehört von... Beziehungsaufbau? Okay. Hast du schon mal gehört von... Fragen stellen? Okay. Zuhören könnten wichtige Komponente für Verkauf sein. Wer von euch hat davon noch nicht gehört? Okay. Spannend. Nutzen-Argumentation. Wer von euch hat noch nie was von einer Nutzen-Argumentation gehört? Ah, da wird es bestimmt ein oder anderen geben, oder? Ach, nee. Jeder kennt, dass Nutzen wichtiger ist als ein Merkmal. Jetzt machen wir mal weiter. Storytelling. Alexander Christiani hat vorher von Storytelling gesprochen. Wer kannte es vorher nicht? Hinsetzen. Okay, sind ein paar. Ist nicht schlimm. Dafür seid ihr da. Ja, um diese Dinge zu lernen. Und als letztes, Abschlussfrage. Wer von euch weiß, dass er einen Sack zumachen sollte irgendwann? Eine Abschlussfrage stellen sollte? Wer weiß das? Auch nicht alle. Auch nicht schlimm. Übrigens ist bei 75 Prozent der Verkäufern festgestellt worden, dass sie noch nie eine Abschlussfrage gestellt haben. Aber sie dachten, sie hätten es getan. Spannend. So, jetzt dreht euch mal bitte um zu euren Hintermännern, Hinterfrauen. Schaut mal hinter. Was stellt ihr fest? Dass fast alle stehen. Und was sagt uns das? Dass wir mehr wissen, als wir glauben. Und dass wann immer ihr mich fragt, habt ihr ein neues Buch? Hast du irgendwie eine neue Kenntnis für mich? Hast du den Satz fürs Verkauf? Das ist nur, jetzt dürft ihr euch wieder hinsetzen. Ja, sorry. War eine körperliche Anstrengung. Wollte ich nicht. Und das hat ein bisschen was mit Brokkoli und Schokolade zu tun. Was davon ist das gesündeste oder das gesündere Lebensmittel? Brokkoli. Schokolade. Was davon isst du häufiger? Schokolade. Und jetzt ist doch die Frage, wenn wir rational wissen, dass Brokkoli das gesündeste oder ein gesundes Nahrungsmittel ist und wir mehr Schokolade essen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass nichts von dem, was wir tun, rational behaftet ist. Ich könnte jetzt auch sagen, jeder, der sich mit seinem Gewicht unwohl fühlt, hey, fang morgen mit dem Sport an. Hast du dir noch nie gesagt wahrscheinlich? Und das ist das Lustige. Es hat nichts damit zu tun. Das heißt, es geht nicht um das Wissen. Natürlich gebe ich euch das Wissen und auch meine Kollegen. Aber was wäre viel wichtiger? Dass er in die Umsetzung kommt. Und deswegen habe ich mir was überlegt, zusammen mit Luke und mit der Entrepreneur University, dass wir sagen, hey, pass auf, die, die sich jetzt hingesetzt haben und auch alle anderen, die werden bestimmt nicht alles wissen, was Verkauf angeht und es vielleicht auch noch gar nicht so in der Tiefe halt gemacht haben. Und deswegen möchten wir euch an die Hand nehmen. Der Master, der 66 Day Sales Master ist eine komplette Begleitung. Wir arbeiten mit euch von Anfang bis Ende. Ich hole euch ab und ich schaue, wo ihr steht beim ersten Event. Das ist ein Live-Event. Dann gehen wir wirklich in wöchentliche Meetups, wo ihr Fragen stellen könnt und wo wir genau so miteinander reden werden. Dann werde ich da sitzen, werde euch die Fragen beantworten und werde der Verkäufer sein, der ich halt nun mal bin. Nämlich ein authentischer, ehrlicher, sauberer Verkäufer. Ja, das gibt es. Und das macht Spaß. Und wer von euch wäre das gerne? Ja? Echt so wenige? Nochmal, ich habe es, wahrscheinlich habt ihr das hinten nicht gehört. Wer von euch wäre gerne ein ehrlicher, sauberer Verkäufer, der auch effektiv ist? Jetta. Genau. Das ist das Entscheidende. Ihr müsst es umsetzen. Ihr müsst es machen. Und ich will euch gerne dabei begleiten. Ich sage zu all meinen Kunden, die zu mir kommen, Freunde, wir können bei euch Sales Training machen. Aber, und du bist das beste Beispiel, was hat wirklich was geholfen? Umsetzung und Coaching. Die Begleitung und zu schauen, wie kannst du das anwenden. Dass du Aufgaben hast, es anwendest und siehst, was passiert dabei. Ja? Dass du es wieder anwendest und guckst, was passiert dabei. Wie fühle ich mich dabei? Ist das meine Art von Verkauf? Fühle ich mich da wohl dabei oder nicht? Weil ihr wisst so vieles schon. Lasst uns da einen Feinschliff machen, lasst euch Diamanten draus machen und dann geben wir Vollgas und setzen das auch um. Ihr geht raus. Wisst ihr, Leute kommen zu mir und sagen, ich muss Marketing lernen, ich muss Branding, ich muss PR lernen. Ja, ist wichtig. Aber hey, wie viele Kunden hast du schon? Und wisst ihr was? Hier in dem Raum sitzen ungefähr wie viele mögliche Kunden für euch? Und ich will nur einen wissen. Wer von euch hat hier drinnen heute schon einen Kunden gewonnen? Das sind nicht viele. Das heißt also, der Kunde kommt nicht zu uns nach Hause. Der Kunde ist überall präsent. Wir nutzen es nur nicht. Wir reden mit diesen Menschen nicht so, als ob wir denken würden, hey, das könnte ein potenzieller Kunde sein, weil hey, der sieht ein bisschen komisch aus. Ich glaube, der hat kein Geld. Ich weiß nicht so recht, ob das mein Kunde sein kann. Eigentlich werde ich lieber Rechtsanwälte. Whatever. Das kannst du mal ein paar Jahre machen, aber dann bist du pleite. Ich bin einfach nur ehrlich. Und die Frage ist einfach, bist du bereit, die Initiative zu ergreifen, wenn ich dir jetzt sage, Umsetzung ist das Einzige, was dir helfen wird, dass du erfolgreich wirst. Umsetzung ist das Einzige, wobei ich dir helfen möchte, zusammen mit all dem Content, den ich dir geben werde, in dem Moment, wo du ihn brauchst. Aber nie auf Halde, nie zum Konservieren, sondern tatsächlich nur dafür, dass du es umsetzt und dass du Ergebnisse hast. Weil das Entscheidende ist doch immer, wann tun wir Dinge immer nur wieder, wenn sie Erfolg bringen. Also lass dich zum Erfolg führen und dann mach es immer und immer und immer wieder. So, jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt mit dem Buch? Wer will wissen, was das für ein Buch war? Wollt ihr es noch wissen oder ist es euch eh schon egal? Wollt ihr es wissen? Okay, da gibt es eine Geschichte dazu. Ganz kurz, nur zwei Minuten, dann habe ich es. Okay. 98 im Vertrieb angefangen, damals Finanzdienstleistung. Ich weiß, das sind ganz viele hier. 98 angefangen und ich hatte keine Ahnung, wie Verkauf geht. Was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Buch gekauft. Bin in Hugen-Dubel gegangen, in München, habe mir ein Buch gekauft und ich habe es gelesen. Und einen Monat später habe ich 1,89 Millionen Umsatz gemacht und ich war Anfänger in der Finanzdienstleistung. Einen Monat später, 1,89 Millionen. Drei Monate drauf habe ich dann eine Ehrung dafür bekommen, bin also dann in zwei Positionen höher dann eben befördert worden. Und dann kam der Divisional Manager zu mir und sagte, Stefan, was ist dein Geheimnis? Und ich sagte so, keine Ahnung. Ich habe einfach nur Spaß und habe Leute angesprochen und so weiter. Da sagt er so, ja, was hast du noch gemacht? Ich habe Tabellen geführt. Ja, das machen wir auch. Was noch? Ich habe mir ein Buch gekauft, aber das wird es auch nicht sein. Er sagt, ah, was für ein Buch? Er sagt, naja, das. Dann sagte er so, okay. Dann hat er für seine ganze Division dieses Buch bestellt. Hat an jeden Vertriebsmitarbeiter seiner Division dieses Buch versendet mit persönlicher Widmung und sagt er so, jetzt rocken wir. Und was denkt ihr, ist passiert? Was denkt ihr, ist passiert? Ja, teilweise auch das, ja. Und was denkt ihr, ist noch passiert? Die haben es gelesen. Und? Aber es wurde nicht besser. Die Zahlen waren nicht besser. Die haben sogar gesagt, meine Leute haben keine Zeit zum Lesen. Und wenn sie es gelesen haben, haben sie es nicht umgesetzt. Und wisst ihr, was das Buch war? Und ich kann es nur jedem empfehlen, dass er es sich nicht kauft. Oh. Also heute passiert alles, ne? Erfolgreich verkaufen für Dummies. Ging eine ganze Division vom Finanzdienstleistern. Die Leute haben es gelesen, aber es sah wahrscheinlich nie so aus. Mit ganz vielen Einmerkern. Da steht hinten sogar noch 39,80 Mark drauf. Das Einzige, was euch wirklich hilft, ist Umsetzung. Verkauf lernt ihr von mir. Aber dann braucht ihr jemanden, der euch an die Hand nimmt und beim Umsetzen hilft. Und das würde ich gerne tun. Und wenn ihr sagt, das ist es, ja, der, der einen Gürtel auf hat, der da irgendwie das Ding nicht bedienen kann, der, der hier vorne irgendwelche Geschichten erzählt von erfolgreich verkaufen für Dummies. Wenn es das ist, was ihr wollt, dann lasst es mit dem Master arbeiten. Aber ich sage euch, es funktioniert. Und es funktioniert richtig gut. Denn heute ständig nicht hier, ich hätte nicht meine Freundin, ich wäre nicht Masterdozent für die Entrepreneur University, wenn das ausschlaggebend wäre. Es ist die Authentizität, es ist der Spaß, es ist der Erfolg und es ist das Umsetzen. In diesem Sinne danke euch. Danke. 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 Danke.